Hallo und herzlich willkommen auf meinem YouTube-Kanal. Ich bin der Wolfgang und eines meiner Hobbys ist das Filmen. Deshalb bin ich Mitglied bei der Arbeitsgemeinschaft Bürgerfernsehen Neubiberg. Dessen Motto lautet, produzieren statt nur konsumieren. Dabei geht es vorrangig um die Dokumentation des Gemeindelebens. Ein Beispiel dafür seht ihr gerade im Hintergrund, nämlich einen Film über die Aufstellung des Maibaums in Neubiberg im Jahr 2018. Oder einen Film über die Kreuze und Kapellen rund um meinen Wohnort. Neubiberg liegt im Südosten von München, sodass es für mich nicht weit bis in die Berge ist. Schwerpunkt sind natürlich die bayerischen Voralpen, aber es gab auch viele Touren in das benachbarte Tirol. Auf meinen Reisen nach Zentralasien, Afrika und Südamerika entstanden jeweils längere Reisefilme. Ausschnitte davon könnt ihr hier auf meinem Kanal sehen. Aber nun genug der Worte und Vorhang auf.